Sanke, Sakai Fischbaum, 70 cm reichlich. Wenn wir jetzt besser hier gekauft. Das ist gut entwickelt, vor die Fäden noch ein wenig. Das machen wir jetzt in zurück am Becken. Ansonsten ist ein relativ gutes Planny, schönes Sumi. Mit einem schönen langen Kopf, eine sehr gute Zeichnung. Aber auch schönes Gelassen. Interessante.